Oh, was? Darf er auch an? Ja. Sie genießen es doch toll, oder? Ja. Jetzt holen wir die Wette. So. Es riecht ein bisschen wie Aquarium. Es riecht wie Aquarium? Ja, mein Aquarium riecht auch so ähnlich. Aha, vielleicht weiß man, das ist ja mal ein paar Tage das Wasser und durch den Wintergelaufen. Genau, sogar hier auch. Da sind ja diese Filtermedien drin. Genau, das ist das Aktivkohle.